hallo hallöchen liebe leute und herzlich willkommen zurück zu dragons dogma wir heute endlich wieder dabei ist jetzt schon ein bisschen länger her dass wir das doch mal angefasst haben und ich will auch gar nicht so lange schwafeln denn wir haben schon sehr viel zeit verplempert vor dem stream mit wenig talkie talk und deswegen haben wir jetzt haben wir jetzt rein wir müssen wir müssen auch einige wir müssen ein bisschen stündchen reinballer ein paar stündchen sie müssen sehr schön ich habe noch ein bisschen was an der grafik gemacht so dass wir halt vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen aber also das sieht halt dass das ist halt leider so aus als wäre also nicht so hundertprozentig glaube ich mit das sind immer noch 30 rps maximal in der stadt ist halt dem aufnahmen geschuldet leider muss man halt einfach so sagen so was haben wir denn hier für aufträge behalte im bettler im auge beobachte den bettler während er seinen alltag verbringt versuche auszubringen wie er sein geld verdient eigentlich durch mich oder ich habe eben doch ganz viel geld in den rachen geworfen okay so bogen können wir natürlich nicht machen das dorf ohne namen das müssen wir auch noch machen wir haben hier jetzt aber keine ich glaube wir haben keine quest die zeit mäßig irgendwie da ist ich würde vielleicht mal die geschichte des bettlers einfach anfangen und davor gehen wir gehen wir noch einmal gucken was unser rang so sagt ich gucke immer mal so ein bisschen nach nach rechts um zu gucken ob meine kämmerer immer noch funktioniert und dass das nicht zu ja das habe ich erhalten okay oh ja da sind immer sachen dabei dabei bekommen vorausschauende flamme das ist auch ein bisschen längiger da sieht ein ziel mit einer magischen sphäre die kurz nach einem angriff explodiert schlangen die sphären schlagen die sphären schlagen der sphären will kraftvollere explosionen zu sphären verschwinden ohne angriffe nach einiger zeit zum beginn des zauber sogar nette das zu drücken ist eigentlich ganz cool oder rausschauende so dann haben wir noch karaffe zehrt von der gesundheit des ziels und gewährt dem zauber wirkenden oh der effekt hält so lange an wie der zauber aufrechterhalten wird der wirken darf sich wieder dabei nicht bewegen vielleicht gar nicht so uncool ich würde ich vielleicht mal dafür die vorausschauende flamme ja die würde ich dafür holen weil das beben ist eigentlich das gewesen ist eigentlich mega cool er war näher der alzieren die berührt schaden und erfrierung zufügt ok das mal gucken das ist halt auch cool das sind aber wahrscheinlich auch wieder aber kommen sind zwar große zauber aber wir nehmen es mal mit wir machen das mal daran und natürlich haben wir direkt den hagel sturm natürlich okay was wie sieht der aus das video spielt heißt ja langsam abholen oh ja das der ist deutlich größer ja nehmen wir mit so gucken wir mal kern zauber an der levitation hat der auch hoch hat die tür zugeschlagen erhöht den niederschlagen wert ok wenn ich nehme das da mal standhaftigkeit dann haben wir das auch so den können wir noch nicht machen nein so da haben wir auch gut drin also den bogenschützen müssen wir dann halt mal noch machen aber macht ja nichts hoch hallo da ach da ist das spiel abgeschmiert auch gut auch gut spiel hat sich einfach verabschiedet ok das mir das mir ja auch noch nie passiert hier krass da war einfach das spiel gone da bin ich mal jetzt gespannt hier ähm ähm äh ok das macht hallo all right so bestätigen ja vom letzten speicherpunkt also ich hoffe der hat das jetzt der hat das jetzt gespeichert das war aber auch sehr ruhig ne von der musik her muss man ja ganz ehrlich sagen ja ja ok so hat er das jetzt hat er das jetzt gespeichert wahrscheinlich nicht ne ja so job gildo koko der war kakus ok ok kanzler sam mal egal dann wissen wir aber jetzt was wir alles wollen wir wollen einmal den hagel ja den rasten wir da ein na ähm maybe den hagelsturm sogar hier so hin äh die karaffe jawohl die hier hin ausschauende flamme die hier hin und dann holen wir uns noch die standhaftigkeit die wir da ausrüsten sehr schön ok gut so wir gucken uns dann mal an hab ich die ausgerüstet die den auftrag ja die geschichte des bettlers gucken wir uns mal den bettler der steht ja immer so hier ja 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 na ja ja Ich bin gespannt. Ah! Dann können wir das auch gleich machen, mit mir drittreden? Aha. Spannend. Geschichten erzählen ist aber auf jeden Fall gut, wie es aussieht. Also, die Kirchen-König haben eine Geschichte, die sich über die Kirchen-König zu erzählen. Was ist die Kirchen-König? Ja, die Kirchen-König ist nicht so, dass es die Kirchen-König ist. Lord Rosamund. Ich geh mal schwer davon aus, dass das der Fall ist. Kann ich mich jetzt nicht aufhalten hier? Ich muss gucken, was unser Boy macht. Ich geh da hin. Das find ich aber auch cool, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann die ganze Geschichte gehört hat, was der dann geht. Wohin gehst du, mein Lieber? Wohin gehst du? Ja. Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Der hat mich jetzt von hier weggelockt, oder? Ist er immer noch da? Oh, weg! Weg! Ah! Er ist weg! Das war extra. Das war so extra! Das war so extra, dass wir... Ah, ich hätt's nicht machen sollen. so klar so klar abzukaufen ja wie viel kostet denn 20.000 nur ja let's go Dankeschön cool eigenheim Glück allein ich wusste doch dass wir das irgendwie dann kaufen können das war klar so kann ich jetzt kann ich jetzt eigentlich Sachen damit machen Privatunterkunft bürgerliches Viertel okay ich glaube nicht dass ich damit was machen kann so aber die gute Dame wollte dass wir da mitkommen ne ich gehe mal wieder zurück in der Hoffnung die ist immer noch da äh so wo wolltest du dich treffen äh Diana du wirst dich in mit ihr auf dem Anwesen ihres Herrn im Adelsviertel zu treffen gut okay dann gehen wir doch mal dahin den Bettler haben wir ja verloren aber das macht nichts vielleicht gibt vielleicht ist es ja doch nicht so gewesen na also nur maybe 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 können wir ja doch noch die Quest mit dem Bettler machen hallo hey hm ich bin gekommen ja ja frag ich oder wolltest du einfach nur wolltest du einfach nur ablenken okay äh okay 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 Hm? 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 Okay. Können wir versuchen? Ja, klar. Das ist Daphne, ne? Können wir machen. Die freut sich bestimmt auch, wenn die mal aus dem armen Viertel da rauskommt. Das finde ich nice. Ich kann ihr jetzt so ein bisschen helfen, dass sie mal aus dem Viertel da rauskommt. Daphne ist in Liebe. Ich hoffe, es ist Daphne. Was bist du denn für einer? Was rennst du? Halt, stopp, mein guter. Bleib mal stehen hier. Ja? Du? Was machst du? Wo rennst du hin? Hier wird nicht gerannt. Und? Ich verfolge dich. Ja? Ja, renn ruhig weiter. Was sieht nach Ärger aus, hä? Ja? Was ist mit ihm? Also, das ist ja nicht normal, dass der hier rennt. Bin ich mir sicher. Hier? Ja? Nee, er will noch nicht. Wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Du kommst hier nicht durch, oder was? Jetzt rennt er hier wieder raus. Ich bin direkt bei dir. Du kommst hier nicht weg von mir. Ja. Muss ich ihn hauen, oder was? Muss ich ihn hauen, oder was? Was ist mit ihm? Muss ich ihn irgendwie hauen, oder so? Warte mal kurz. Was macht das? Warte mal, wie war das? Entfernen. Ich haue ihn mal. Nee? Nicht gut? Also... Hä? Verstehe ich gerade gar nicht. Er rennt hier einfach so rum. Kann ich mit ihm reden? Was ist denn mit dem? Wird er mich irgendwo hin? Hier? Ja? Ich? Oder soll ich dir mal wirklich Prügel geben, wo keiner ist? Zieht direkt... Dinger? Ich... Ich verstehe es halt nicht, ne? Ja, renn mal... Ja, renn mal dahin, wo wirklich... ...keine Wache gar nichts ist. ... ... ... Ups! Ups! hier ist nichts passiert wir haben gar nichts gemacht der war nur suspekt und ich wollte heute mit ihm reden plötzlich war er weg ich habe nichts gemacht ich habe gar nichts gemacht ich glaube wir müssen auch noch davor glaube ich actually müssen wir noch wiederbeleben gehen wir müssen eigentlich noch die lupomia wiederbeleben gehen na 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 ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher ob ich ihn wiederbeleben kann ja ich habe keinen ich habe keinen stein ich kann nicht wiederbeleben egal ich hoffe der bleibt jetzt einfach so draußen liegen und ich muss nicht immer wieder 5000 zahlen dann gehen wir jetzt mal darf nur holen ich hoffe das wird was ich glaube ich in so runter da müsste irgendwo unser haus kommen hier so dann einmal ins armen viertel und hier müsste irgendwo daphne sich rumtreiben wo haben wir die liebe kleine ist hier der typ reingegangen? wer ist das? nee ist denn daphne? ah hier ja sehr gerne gar kein problem du kannst mir helfen indem du zwilling spielst ja doch du schaffst das nee 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 sowieso nicht ich komm dich auch retten wenn die irgendwas mit dir vorhaben sollten ich komm dich retten wenn die irgendwas mit dir vorhaben sollen und wenn sie irgendwas mit dir machen dann rotte ich sie einfach alle aus ja ja wir holen daphne mit ach daphne kommt sogar ja daphne dann komm mal kommen sie mal mit liebes daphne wie ist sie denn? da ist sie ist nicht so schnell so ein kitsch kann doch nicht so schnell rennen aber univit also sagt ihnen ruhig bescheid ne? onkel uwe wird die alle verbrennen wenn die böse sachen machen ok? onkel uwe der 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 macht das die werden da alle sehr 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 dafür büßen dürfen ne? sehr 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 wenn die irgendwas mit dir anstellen sollten sag das ruhig onkel uwe regelt also hier ist das häuschen daphne komm mal mit hallo ja ich hab daphne mitgebracht ja schon ok ich bin gespannt ich bin gespannt ok ja kann ich auch machen ich bin hundertprozentig sicher aber es ist schon extrem gefährlich ne? so nach Melf und so ach herrje ich nehme mal hier das Zeug mit hoch? ist er dead ja 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 Ah, Mann, sei, das stärker stinkt als alle Monster. Hast du das etwa hier irgendwo im Haus versteckt, mein Guter? Was du dir um die Arme binden willst? So, wie geht das da? Ich renne nicht irgendwie in die Mutter rein, das wäre natürlich echt mies. Äh, hat er das hier oben liegen lassen? Nee. Hallo, liebe Mutter. Ähm, guten Tag. Ihr Sohn will Dinge tun. Ja, eigentlich ganz gut. Aber hier ist anscheinend nix. Ich will zwar eine Abkürzung nehmen, aber nicht so. Okay. Ähm. Also irgendwie. Mhm. Bestimmt. Äh. Beschaffe die nötigen Vorräte für Sebastian. Okay. Die da wären. Oh Gott. Ähm. Ah, herrlich. Okay, wir gehen mal kurz bei uns gucken, was wir für den guten Sebastian da haben. Ich hoffe. So, also bringen wir einfach so stark nach Zyklopricht. So wie eine Medizin, die Schwächung, die Schwächung, Vergiftung, die Schwächung, Vergiftung und Schlaf heilen kann. Okay, gut. Machen wir. Wir haben einiges. Wir haben einiges an Medizin. Also das können wir auf jeden Fall besorgen. Das können wir ihm mitgeben. Weil wir halt ein guter sind. Uwe ist ein guter. Ähm. Uwe regelt das. Nein. Äh. Ich muss kurz an mein Lager. Ich würde gerne entnehmen. Also irgendwas, was nach Zyklop stinkt. Wir haben doch hier so ein paar Zyklopenaugen oder so. Ne? Genau. Das stinkt nach Zyklop. Davon nehmen wir eins. Ähm. Dann. Wir haben doch einen Lazarusstein sogar. Ich nehme mal einen mit. Ähm. Wir müssen. Okay. Was noch? Wartet. Ein Geheimmittel. Ja. Also. Wir brauchen irgendwas, was. Äh. Schwächung. Ne. Ähm. Was aber. Ne. Wird verwendet, um die Schwächung durch Nest zu heilen. Ähm. Um die Schwächung durch Tränk zu heilen. Verwendet, um Schlaf zu heilen. Ja. Davon nehmen wir eins mit. Ja. Um Verbrennung zu heilen. Ne. Schwächung, Erfrierung und Vereist. Ne. Unmacht. Ne. Chronikum. Ausdauerung, Gesundheit wieder. Kuriert alle Schwächungen. Ja. Und dann brauchen wir noch ein Gegengift. Ähm. So. Ich kombiniere mal gerade, weil ich glaube, wir. Ohnmacht. Ähm. Gefrierung und Vereisung. Haben wir das denn nicht mehr? Wirklich alles weggemacht? Ja. Das wäre natürlich jetzt mies, ne? Ja. Erwurz könnte normalerweise mit. Ohnmacht. Ich will noch ein bisschen was einlagern. Ja. Klar. Beschwächungen. Also später können wir einlagern. Das da brauchen wir. Suchermedaillon haben wir auch dabei. Habe ich das nicht abgegeben sogar? Weiß keiner jetzt, ne? Das da weg. Das da weg. Das da weg. Das da weg. Ha. Ja. Ich weiß, wo ich dich bekomme. Ähm. Dann lass mal gucken. Das war bestimmt ne Zeitaufgabe, oder? Ne, ist nicht. Okay. Ähm. Ah, der steht noch hier. Perfekt, ja. Ich hab' ich gesucht. Kannst du mir... Ja, ich muss was kaufen. Und zwar... Ja, Vergiftung. Ja. Ja. Danke. Danke. Okay. Perfekt. So, Sebastian. Wir haben halt dein Zeug. Aber gar nicht so lange gedauert hier. Äh, dann können wir das jetzt alles mitgeben. Dann wirst du eh verlangen, dass wir da mitkommen. So, dass bitte irgendwas passieren. Oh, dann müssen wir eh dahin. Aber... Oh, 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 oh. Why not, ne? Why not? Geben wir halt mit. So, kein Problem. So. Hallo. Hallo. Wo ist denn der Gute? Da steht Daphne. Da steht der gute Sebastian. Du nimmst einmal den damit. Du nimmst einmal das damit. Und du nimmst auch einmal... Nochmal. Ich glaube... Ja. Warte mal. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Was war's nochmal? So, beziehungsweise... Die die Schwächung Vergiftung und Schlaf heilen kann. Ach so. Okay. Ich verstehe. Also nur Schlaf und Vergiftung. Okay. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Also du kriegst einmal mit den hier. Du kriegst einmal Vergiftung mit. Und du kriegst einmal Schlaf mit. Ja. Gar kein Problem. Gerne gemacht. Jo, ich gehe einfach mitten in der Nacht los. Eine gute Idee. Ja. Oh mein Gott. Ich versuche es. Oh Gott. Hoffentlich. Hoffentlich wird das was. Hoffentlich hat das... Hoffentlich funktioniert das. So. So. So, der Bettler ist immer noch da. Oh, wir müssen ins Armenviertel, ja. Warte einen Tag und kehre zum Anwesen zurück. Okay. Machen wir. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen zu tun. Also warten können wir jetzt gerade nicht. Bei uns geht es nämlich jetzt in das gute Armenviertel nochmal rein. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt unten reinkommen. Um zu gucken, was da unten reinkommen wird. Oh, nice. Soft. Wo seid ihr? Wo bist du? Mehr Medizin? Aha. Symptome einiger Patienten sind hier aufgeführt. Unter den entlastenigen Kennzeichen befinden sich der Namen Jena und Bruno. Okay. Okay. Jena und Bruno. Sonst ist hier aber nix mehr, ne? Na gut, wir hatten ja... Das letzte Mal waren wir hier schon drin, aber da hatten wir noch keine Quest oder so. Jena und Bruno. Die hab ich aber auch so noch nie gehört, ne? Kann ich denn jemanden fragen? Okay. Sie hier? Ja, du fürchtest, du hast viel zu tun. Ihn hier? Jetzt brauch ich wahrscheinlich... Na? Ne, was ist das? Habe ich hier gerade kein Ziel dafür? Was ist denn das... Was ist denn das Zeichen da? Hallo? Gehen wir mal ne Runde aus? Ja, mach das mal. Was ist das? Ah! Na, ist das... Oh! Okay. Ja, ist das... Okay. Okay, gut. Ja. Ah, okay. Jena und das ist wahrscheinlich Bruno, ja. Mhm. Ah. Mhm. Okay. Also, don't you saw no button? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Mhm. Okay. Was ist mit dir? Ja, definitiv, hundertprozentig. Wir singen gerade, wir haben gerade Nacht. Wir müssen ja eh warten, bis Sebastian wieder zurück ist. Also wir müssen, wir müssen sowieso ein paar Sachen machen. Buch? Ach, oh Gott. Das ist ja... Das Arbeiten, ja, ja, ja. So. Also, die tun sich immer irgendwo treffen. Mit einem shady Mann trifft die sich hier. Ja, guck mal, doch. Ja. 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 Das ist mal ein Liede da. Ja. 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 Erzählen Sie mir mal. Okay, warte. Was war das jetzt? Okay. Also müssen wir doch dahin wieder zurück. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Dann rauf. Weird. Ein klein wenig weird. Äh, hier lang. Okay, wir gehen hier wieder rein. In der Hoffnung ist es immer noch auf. Ja, danke. Was für... Ja, ja, ja. Oh. Unbeschriftete Medizin. Ja. Okay. Ich habe es gefunden. So, was müssen wir jetzt damit... Ja, müssen wir die jetzt zu uns nehmen. Das wäre echt mies. Aufträge. Okay, wir geben die den Wächtern ab. Äh, falsch. Ach, nee. Nee, stopp. Richtig. Hier geht's raus. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Äh, äh. Dingsbomben sind ja... Gareth. 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 Ähm... Wir müssen zu einem Wächter. Wir müssen zu einem Wächter. Auf geht's. Es ist ein bisschen... Bisschen, äh, dunkel, ne? Ja. Haben wir hier? Nee, du bist kein Wächter, ne? Nee, nicht wirklich. Ähm... Wächter müsste aber direkt hier oben irgendwo wahrscheinlich stehen, ne? Im bürgerlichen Viertel stehen die doch überall rum. Guck mal hier an. Hi, mein Guter. Was? Okay. Okay. Äh. Wum ist ich hin? Äh, ja. Und gibt sie dann den Wächtern. Ja? Was für Wächter? Du bist doch ein Wächter. Nee? Reicht nicht? Äh, okay. Wir müssen Wächter suchen. Ist das hier Wächter? Nee, ne? Du bist jetzt kein Wächter. Was hast du? Äh, nee. Du hast Brillen und so ein Shit. Nee, brauche ich alles nicht. Alles in Ordnung. Äh... Äh... Ähm... Ähm... Warte mal, vielleicht gucken wir mal auf die Karte. Äh, ich habe hier irgendwo Wächter. Haus des Hauptmanns der Grenzwache. Haus des Hauptmanns der Grenzwache. Nee, erlösende Hand. Taverne. Laufbahn-Gilde. Nee. Ein Händlerviertel würde es ja wahrscheinlich weniger sein. Clarks, Patricks, Alarts, Freudenhaus. Ja, ne? Ins Freudenhaus wollen wir jetzt auch nicht unbedingt. Also müssen wir... Müssen wir ins Schloss? Müssen wir ins Schloss gehen? Äh, Gefängnisturm. Wernwurz, ne? Wachthaus. Das Fachhaus. Also, maybe müssen wir... Ins Schloss. Äh... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe keine Ahnung gerade. Wirklich so ein Null. Welche Wächter damit gemeint sind? Oder sind die vielleicht vor dem Schloss irgendwie? Ja, hi. Was gibt es? Ja, ich habe was abzugeben. Ja. Okay. Ja, ich folge dir. Wo... Äh... Okay. Ist das da der Maskenwald, oder was? Nee, oder? Äh... Was ist passiert? Was ist denn los? Ich bin schon wett. Was ist denn los? Hä? Was ist denn los? Was ist denn los? Hä? Ah, wa... Wait a minute. Okay, das ist das wahrscheinlich. Okay, dann machen wir das halt. Äh, ich meine, wir haben unsere Sachen immer da... ...dabei. Immer schön dabei, haben wir das. Immer noch den Umhang. Gucken wir mal, wie sehen wir aus. Wir sehen richtig gut aus, sehen wir. Laterne vielleicht noch aus. So, ein bisschen dunkler, aber macht ja nichts. Hallo. Okay, das ist doch nicht das. Ein Auftrag war das jetzt. Ich suche Alarms-Gemächer. Gut, okay. Also, es ist nicht der Maskenwald. Gehe ich mal jetzt davon aus. Hi. Dann gehen wir, dann gehen wir doch mal die Anlats mit... Ah, naja. Gut. Hm. Das hier sind Wernhof-Gest-Gemächer. Dienststelle. Königliche Gemächer. Hallo? Nee. So, warte. Dann gehe ich an der Card. Dias, Sven, Sven-Bots, Gäste-Gemächer. Sind das die Gäste-Gemächer vielleicht? Ich glaube, Sven dürfte es wahrscheinlich auch nicht sein, ne? Sven wäre schon echt komisch. Eh, nee. Ich meine davon aus, es sind dann die Gäste-Gemächer. Oder wir müssen auf die andere Seite. Nee, hier ist nicht. Gehen wir mal auf die andere Seite. Oder haben wir hier noch was? Nee, hier haben wir nix. Oh? Oh? Ah. Mhm. 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 Wenn du jemandem gefragt hast, dann gibt es nicht nur noch etwas für mich. Okay? Wenn Wilhelmina gekommen ist, dann erzähle ich dir, wie du in der room wirst. Okay. Ist nix, ne? Ich suche, weil hier ist schon mal nix. Gibt es hier noch weitere? Vielleicht irgendwo hinten oder so? Wo ich vielleicht noch nie war. Nee. Mal ans Gemächer. Was ich denn hier durchsuchen? Durchsuche doch. Oh, warte mal, hier. Ah! Ja! Rief mit batalischem Wappen. Aha. Gut. Was ist jetzt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, das ist das. Oh, das ist das. Aber wenn ich das so, dann kann ich auch noch ein paar Mal hinbekommen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich glaube... Oh Gott. Aua! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tschüss, tschüss. Bye, bye. Alles okay. Au, 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 au. Lass mich mal bitte hier raus. Lass mich mal bitte hier raus. Oh mein Gott. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, ich habe auch gar nichts zum Heilen dabei, ne? Ah. Tschüss. Tschüssi, Kowski. Bye, bye. Ne, nicht. Nicht hitten, nicht hitten, nicht hitten, nicht hitten. Wurr, fuh, 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 fuh. Äh, 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 ähm. Okay, okay, okay. Wir gehen uns einmal hinlegen, wir gehen uns einmal hinlegen. Einmal schön in unser neues Heim. In unser neues Eigenheim. So. Das Heim war ja schon eine Zeit lang uns, aber... So. Bis zum Morgen ausruhen. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.